hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir schön dass ihr wieder mit dabei seid und heute wollte ich mit euch im thermomix mal wieder was aus der thermomix zeitschrift machen ich finde da sind diesmal richtig viele tolle rezepte drin und zwar den apfel quarkauflauf zuteilen habe ich mir natürlich auch schon alle bereitgestellt ich lese euch kurz vor ihr braucht für vier portionen 100 gramm butter weich und etwas mehr eben zum einfetten die habe ich jetzt unterteilt in zweimal 50 gramm 500 gramm äpfel süß säuerlich geschält und gefürchtelt 20 gramm zitronensaft 120 gramm zucker 15 gramm vanillezucker selbst gemacht oder ihr nehmt eben die tütchen eine prise salz zwei eier 500 gramm quark 130 gramm hart weizengrieß ein päckchen vanillepuddingpulver drei gestrichene teelöffel backpulver und optional könnt ihr noch 50 gramm rosinen dazu tun das tue ich auch und ich habe die jetzt schon in warmem wasser ein bisschen eingeweicht dann sind hier ein bisschen weicher finde ich und hinterher noch braucht ihr noch puderzucker zum bestreuen als erstes soll der backofen auf 180 grad vorgeheizt werden und eine auflaufform circa 20 x 26 cm soll eingefettet werden ich werde wahrscheinlich meinen ofenzauber irgendwie nehmen oder meine große ofenhexe ich schau mal und als allererstes geben wir jetzt die äpfel und den zitronensaft in den mixtopf habe ich wie gesagt auch schon vorbereitet zitronensaft habe ich auch schon abgewogen und das ganze wird jetzt drei sekunden auf stufe 4 1 halb grob zerkleinert und soll dann direkt wieder umgefüllt werden ja ich finde das sieht gut aus der zitronensaft dient ja dazu dass die äpfel nicht braun werden so sehen die jetzt aus finde ich mal eben hier um meine äpfel habe ich jetzt umgefüllt sind jetzt hier drin und jetzt geben wir einmal 50 gramm butter in stücken in den mixtopf und den mal eben schauen den zucker den vanillezucker die prise salz und die zwei eier und das wird jetzt 30 sekunden auf stufe 4 vermischt die 30 sekunden sind rum ich schiebe das mal kurz alles runter ich zeige es euch mal sieht jetzt so aus jetzt kommt einmal der quark dazu und das ganze wird jetzt 10 sekunden auf stufe 4 verrührt die 10 sekunden sind jetzt auch rum ich schiebe noch mal alles nach unten ich zeige es euch noch mal kurz sieht jetzt so aus und jetzt kommt dazu mal eben schauen der gris den habe ich jetzt noch nicht abgewogen das waren ja 130 gramm das mache ich mal eben das sind jetzt bei mir 135 gramm ein päckchen vanillepuddingpulver und das backpulver kommt dazu und das wird jetzt noch mal 20 sekunden auf stufe 4 vermischt auch die 20 sekunden sind jetzt rum schieb noch mal von den seiten alles runter zeige ich es euch noch mal kurz es ist schon fester geworden jetzt jetzt sollen einmal die äpfel dazu gegeben werden und wenn ihr die rosinen rein tut auch die rosinen und dann wird das ganze noch mal 20 sekunden bei linkslauf linkslauf und stufe 4 untergerührt die 20 sekunden linkslauf sind jetzt auch um ist nicht wirklich richtig untergerührt wie ihr seht ich versuche euch jetzt mal so ein bisschen mit dem spartel nachzuhelfen so habe ich es jetzt einfach mit dem spartel nochmal nachgerührt jetzt soll das ganze in die vorbereitete auflaufform gefüllt werden das mache ich jetzt und dann verändere ich kurz die kameraeinstellung damit ihr besser seht ich nehme jetzt hier meine mittlere ofenhexe habt ihr jetzt gerade mit backtrennmittel ausgepinselt ich hoffe das passt alles rein weil die hat jetzt nicht ganz die maße wie vorgeschrieben aber ich denke das funktioniert auch so die masse habe ich jetzt in meiner ofenhexe verteilt und jetzt verteile ich noch die restlichen butterflöckchen das waren ja noch mal 50 gramm hier oben auf meinem auflauf die butterflocken habe ich jetzt auch darauf verteilt und jetzt gebe ich den auflauf in den backofen und da bleibt er so 60 bis 65 minuten drin und ich würde sagen wir sehen uns dann wenn ich ihn aus dem ofen hole so die backzeit ist rum der apfel quarkauflauf war genau 65 minuten bei ober und unter hitze und 180 grad im backofen der ganze raum duftet herrlich nach diesem apfel quarkauflauf ich werde ihn jetzt anschneiden und mit ein bisschen puderzucker bestreuen und dann probiere ich ihn natürlich auch und dann melde ich mich noch mal bei euch hier habe ich euch den apfel quarkauflauf jetzt mal auf dem teller angerichtet ich habe hier mal durchgeschnitten um euch zu zeigen wie super fluffig der auch von innen ist ich habe gerade probiert ich bin wirklich hin und weg schmeckt richtig gut kann ich euch wirklich ans herz legen mal auszuprobieren und ja dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel spaß wenn euch das video gefallen hat wäre schön wenn das teilen könnte ja und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video